Es ist das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte, der Holocaust. Doch wie kam es zu diesem Schrecken? Darum geht es in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Geschichte Kompakt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Die NS-Weltanschauung wurde das erste Mal öffentlich veröffentlicht im Buch Mein Kampf am 18.07.1925. Nachdem Hitler am 30.01.1933 an die Macht kam, ordnete er ein Boykott jüdischer Geschäfte am 1.04.1933 an. Ein paar Tage später, am 7.04.1933, erließe ein Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das heißt, dass man jüdische Beamte entlassen muss und sie durch deutsche ersetzen muss. Am 10.05.1933 kommt es die jüdische Buchverbrennung, bei der viele jüdische Werke verbrannt werden. Am 15.09.1935 kommen dann die Reichsbürgergesetze. Das bedeutet, dass es zum Entzug der Gleichstellung kommt und Juden nur noch gesetzlich als minderwertig angesehen werden. Am 19.06.1936 kommt es dann zu weniger Hetze gegenüber den Juden wegen den Olympischen Spielen, die in Deutschland stattfinden. Am 18.08.1938 beschließt Hitler, dass Juden und Zwangsvonnamen wie Ismail oder Sarah haben müssen. Am 7.11.1938 kommt es dann zu einem Attentat von Ernst von Rath auf Hitler. Ernst von Rath ist ein Jude und Hitler nutzt das, um weiter gegen Juden zu hetzen. Und vom 9. bis zum 10.11.1938 kommt es zur Reichsprognomenmacht, auch genannt die Novemberprognome. NS-Anhänger gehen auf die Straße verwüsten jüdisches Eigentum und gehen gewaltsam gegen Juden vor. Es kommen zu 91 Toten und viele Juden werden in KZs verschleppt. Für den Schaden kommen aber nicht die NS-Anhänger, sondern die Juden auf. Im Dezember 1938 müssen alle Juden ihre Wertpapiere, Juwelen und Kunst an den Staat verkaufen. Im Februar 1939 müssen sie dann auch ihre Edelmetalle abgeben. Im April 1939 wird dann auch ihr Mieterschutz aufgehoben und im September werden ihnen die Radios weggenommen. Im Herbst 1939 wurde Polen schon eingenommen und hier ist es nun Pflicht, dass alle Juden einen gelben Stern tragen müssen, um sich als Jude zu kennzeichnen. Im Februar 1940 werden Juden aus Städtien und Pommern ins Generalgovernment verschleppt. Im Juni 1940 kommt man auf die Idee, Juden mit Schiffen nach Madagaskar zu verschiffen. England blockiert allerdings die Seewege, somit fällt die Idee flach. 1941 mit dem Angriff auf die UdSSR kommen viele neue Juden dazu. Und am 31.07.1941 werden dann Ghettos gebaut, in denen die ganzen Juden untergebracht werden und Zwangsarbeit leisten müssen. Darauf soll Reinhard Heydrich eine Lösung für die Judenfrage finden. Im September 1941 wird dann für Juden in ganz Deutschland Pflicht, den gelben Stern zu tragen. Es werden außerdem neue KZs und Ghettos eröffnet und viele Juden werden dahin verschleppt. Es kommt zur systematischen Hinrichtung. Diese wird auch groß angepriesen am 20.01.1942 auf der Wannsee-Konferenz. Hier erfolgt die genaue Planung des Massensterbens. Die Juden werden aus ihren Häusern gerissen, in Ghettos verschleppt, dort müssen sie Zwangsarbeit leisten, bis sie nicht mehr arbeiten können. Dann werden sie mit Zügen in KZs verschleppt, dort vergast und ihre toten Körper werden verbrannt oder einfach auf riesige Haufen geworfen. Dies geschieht insgesamt mit 6 Millionen Juden bis zum Ende des Kriegs. Aber auch Sinti und Roma, behinderte, queere, unpolitisch Andersdenkende sind dadurch betroffen. Aber alles endet zum Glück mit dem Sieg der Alliierten und der UdSSR über Deutschland. Wichtig ist, dass wir dieses grauenhafte Kapitel unserer Menschheitsgeschichte nie vergessen und immer im Blick behalten, wie grausam der Mensch sein kann. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.